Hallöchen meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem Let's Play von Angry Birds. So, eigentlich sollte das einfach nur ein Testvideo werden, weil ich habe mir nämlich ein Headset, ein neues Headset gekauft. Und zwar ist das die von Marke Plantronics Gamecom 780 Dolby Technologie 7.1. Und ja, mit Surround, was weiß ich, Surround Sound und ja, keine Ahnung. Ich wollte das einfach nur mal testen. Das ist mit USB-Anschluss. Und ja, ich lese das gerade hier an Packung. Ja, deswegen wollte ich das hier mal testen und mal schauen, wie das sich so anhört in einem Let's Play. Und ja, hier ist natürlich ein CD mit dabei für den Dolby, ja, fürs Dolby Surround halt. Fürs, ja, ihr wisst schon, was ich damit meine. Ich kenne mich mit sowas gar nicht gut aus. Und da kann man halt den Sound aktivieren oder ausschalten. Ihr könnt das auch an eurem Headset ein- oder ausschalten. Dann könnt ihr euch natürlich aussuchen, ob ihr den Gaming-Headset für, ja, fürs Spielen oder fürs Musikhören. Das könnt ihr auch einstellen. Es ist ein sehr tolles Headset, also vom Aussehen her. Und ja, deswegen wollte ich das mal jetzt kurz so ausprobieren. Und, ähm, ihr müsst mir dann natürlich sagen, ob das euch gefallen hat, die Stimme jetzt, die ihr hier rauskommt oder nicht. Ähm, ja, ich hab hier einfach mal nur Angry Birds angeschaltet und... Ups, jetzt hab ich Level 1. Nein! Das wollte ich natürlich nicht. Nein, ich will zum Hauptmenü. Achso, ja, Play. So, wir sind schon Level 18. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen, wie das so ist. Ich mach mal so... Wow. Keinen erwischt, das ist auch sehr schön. Und Bäh. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir gar keinen von denen erwischen. So, den einen haben wir jetzt, aber das wird uns nicht zu bringen, weil wir haben nur noch zwei. Am Start. Und, ja, total falsch. Deswegen wiederholen wir das Ganze und hopparei. Und hopparei. Ja. Oh, doch, geschafft. Das ist schon mal sehr schön. Und... Scheiße! Auch nicht geschafft. Und... Oh, 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 oh. Oh, zwei auf einmal. Das ist schon mal sehr gut. So. Oh, verdammt. Wir haben hier noch einen übrig. Oh, scheiße. Das war zu... Was? Trotzdem geschafft? Das ist ja mal ein Weltunter. Gut, wir haben hier jetzt den Fetten hier, ne? Und den müssen wir irgendwie auch jetzt treffen. Die Frage ist natürlich... Ups! Mein WhatsApp... Ähm... Spinn wieder. So. Muss man hier kurz schreiben, dass ich gerade aufnehme. So, und jetzt geht's natürlich... Oh, weiter. Ich glaub, das war ein bisschen zu weit, oder? Ja. Mach ich mal... So. Nee. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Jetzt haben wir ihn geblieben. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Level fail it? Ach so, das war ja der Letzte. Komm schon. Komm schon. Das kann doch nicht so schwer sein. Und... Bams. Alter, wir haben den fast. Fast. Aber natürlich... Wir haben ihn. Wir haben ihn. Drei Sterne, bitte. Drei Sterne, bitte. Alter, das kann doch nicht sein. Wie... Das muss doch drei Sterne gewesen sein. Und... Ich glaub's. Ich hab grad ein bisschen verkackt. Das Ding müsste eigentlich... Ja, total verkackt... Nein! Das war umsonst. Ich mach mal von neu. So, und... Ah, verdammt. Ich bin wieder ein bisschen verkackt. Nein! 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 Und... Das muss eigentlich hier genau durchbrechen... Und die beiden da einfach mitnehmen. Ist aber halt schwer, ne? Ja, wieder umsonst. Komm schon! Ja, ferda. Ich glaub, ich muss ein bisschen so mittelmäßig schießen. Aber... Nee, das ist alles nur Kacke. Scheiße, diese Steine da, die nerven total. Ja! Total verkackt wieder. Oh, wir sind drin. Wir sind... Wir wären fast drin gewesen bei denen. Ich glaub sogar... Das war auch ein bisschen zu weit. Wir haben nur noch einen übrig. Und den verkacken wir natürlich auch. So, meine Lieben. Wie gesagt, sollte das kurz nur ein Testvideo werden. Wegen meinem neuen Gaming Headset. Und mal schauen. Ich bin auch echt gespannt, wie sich das anhört. Ich hoffe, dass es nicht piepst oder dass es kein Rauschen gibt. Mal schauen. Und ich würde gerne eure Meinung dazu hören oder sehen wollen in den Kommentaren, wie sich der Sound anhört. Ja, bin gespannt. Also, bis dann. Tschüss!